Da, Leute, herzlich willkommen zurück zu Outlast 2, diesmal. Wir haben uns ja hier befreit. Und jetzt hören wir einfach so ein... Ah, äh, äh... Okay. Wir sind zurück beim Dorf. Hallo? Ich muss einen Verband finden. Kannst du mir helfen? Du hast deine Kamera nicht. Schade. Oh, jetzt können wir nichts mehr für YouTube machen. Boah, ich hab' ich ein bisschen laut eingestellt. Was? Hallo? Kann ich trotzdem Batterien eigentlich sammeln? Lecker, hm. Batterien sammeln? Nein, ja. Ist das ein Verband? Ne. Unser Ziel ist jetzt, einen Verband zu finden. Ne, ich übergebe dir den Geist. Äh, ja. Nimm ich den jetzt. Achso, hau. Entschuldigung, ja. Entschuldigung. So. Ja, ja, ja. Ja. Junge, warum machst du sowas? Ja, ist gut. Okay. Oh. Das ist doch nicht mehr normal, Junge, Junge, Junge. Ja, schon durch. Frag dich jetzt mal, warum. Ich will da wirklich... Hallo? Oh Gott. Was? Was? Nein, äh, äh, äh. Warum? Was? Was hab ich... Was hab ich gemacht hier? Dreckigen... Hi. Äh. Aua, aua, das... Da, da... Äh, 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 äh. Warum? Das liegt ein Verband, bitte. Ach, danke, danke. Was hab ich gemacht? Äh. Tschüss. Nein, bitte, ey. Hä? Ich bin genauso verletzt wie du, du Arsch. Ich hoffe, Karma, ey. Karma. Pass auf, Karma, ey. Da geh ich auf jeden Fall nicht... Ach, ja. Ja, also. Da geh ich nicht mehr zu denen, ey. Das können sie vergessen, ey. Oh. Lass mal ab. Ja. Komm. Du siehst gleich wieder was. Macht der was? Ist das der Typ? Ja, das... Das blöde, aggressive Typ. Der uns... ...misshandelt hat. Ja. Okay. Das sind alle... So. Okay. Gehen wir erst mal... ...da hin. Nein. Nein. So. Ja, mach. Ja. Fuck. Ja. Alter, was... Seine Hand ist voll dick, kann das sein? So. Erstmal schon, ja. Naja. Rede ruhig weiter. Ich... ...gehe erst mal den anderen Weg. Okay. Ai, 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 ai. Okay. Was gibt's hier so? Hallo, Kumpel. Hallo. Ist das kein Verband? Ne. Ich glaube mir mal, ne, Kumpel? Ja, danke. Nochmal hallen, oder geht das nicht? Okay, geht nicht. Muss hier irgendwas machen? Ist vielleicht C? Irgendwo lang hier? Das schätze ich eher nicht, ne? Weil es sieht auch hier nicht nach wirklich nach einem Level 1 aus. So. Ne. Oh, schrei doch nicht, jo, Junge. Ist spät. Ist vielleicht da hoch. Okay. Weiter geht's immer schon die Blutspuren voll. Mach dir nix. So. Speichert jetzt. Ich hab keinen Bock auf den. Okay. Hallo? Bist du... Nein, ne, ist nur ein Kaktus. Was war das denn? Ach so. Okay. Ach, nö. Nö. Die, die, die. Was? Geht ihr lang? Ja, ja. Die halten mich bestimmt auf von einem von denen jetzt, ey. Allein bei meiner Hand, der schon so... Von hier kam? Ja, oder? Keine Ahnung. Nee. Cool, okay. Speichert. Hallo? Hallo? Äh. Hi. Bist du einer von mir? Nee, ne? Nee. Okay, dann tschüss. Tschüssi, tschüssi. Schieß die Tür. Verriegel die. So. Danke. Ja, blöd, ne? Auch blöd für mich, weil... Doch, doch. Hi. Du seid sterben? Du stirbst, Alter. Geh du doch sterben. Mach's vor, ich mach nach. Ja, genau. Aua. Bitte lass mich. Bitte, bitte, bitte. Ich hab euch nichts getan. Bitte, bitte. Nein, bitte. Aua. Aua. Ich weiß doch gar nicht, wohin mit mir. Bitte. Nein, ich möchte nicht. Danke. Äh. Bitte lassen. Bitte verrück dich. Nein. Ich möchte nicht. Okay. Hä? Wo muss ich denn lang? Ach, blöd, ne? Ja. Äh. Bitte. Ich bin doch auch... Hä? Bin ich jetzt durch den Gestorben, oder? Okay. Schnell da bücken und dann... ...ropat sie. Okay. Okay, okay, okay. Schnell halt drücken. Ich hoffe, die entdecken mich hier nicht. Was ich aber denke, weil... ...so blöd kann man nicht sein und mich hier übersehen. Okay. Kommen die? Ne. C, 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 c. Ah, guck mal. C, 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 c. Hier müssen die gleich da vorbeilaufen. Eigentlich. Also, wenn man vielleicht zuhört und so ein Typ, die da oben rechts nicht mal labern würde, dann würde man auch verstehen, ob die jetzt kommen oder nicht. Okay. Kommen immer dichter, oder? Weil sind die zu blöd. Scheint kommen die wirklich nur, wenn... Hä? Da hinten, okay. Hi. Ach, hier war nur eine Badage. Ähm, guten Tag. Sie machen gerade Hausfriedensbruch. Okay. Okay. Hab schon kapiert. Tschüss. Hopp doch. Hilf ich. Als ob. Als ob. Hä? Hi. Ah. Ah. Du dreckiger... Ah. Aber... Nein, ich will nicht sterben, aber... Irgendwo... hier muss ich schon springen, oder so. Fühlt sich nicht gerade an, ob ich hier... Okay. Scheiße, ich muss mich... du sollst schermen. Nein, ich will nicht schermen. Ich kann mich hier verstecken. Okay. Ich glaube nicht, dass er uns hier gesehen hat. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Kann ich mich hier drin halten? Okay. Ja. Ja. So. What's up? Geh mal bitte weg. Hey. Hallo. 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 Okay, jetzt kommt er. Warte, 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 warte. Geh weiter. Geh weiter. Los. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Gut. Wo war der Licht, Licht, Licht? Ich glaube, von hier kam ich. Gut, okay. Hä? Wo, 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 wo? Hä? Hä? Was für ein Messias. Warum können wir eigentlich nicht zurückschlagen? Find ich... Ja, ja, ja. Hi. Irgendwo hoch, bestimmt, oder so. Ja, du sollst sterben. Ey. Ah, tschüss. Speichert, speichert. Okay, denn nicht. Jetzt, äh, wie lange haben wir schon? 10, 11 Minuten. Oh, nein. Ich hoffe, die Aufnahme laggt nicht. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, denn... Weiß ich auch nicht, wie ich... Dings einstellen soll. Wo wer ist? Wenn das alles hier laggt, ey. Komischerweise, ich seh keine Rex, aber... Irgendwie nur in der Aufnahme kurz. Okay. 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 Wer oder was? Hä? Okay, dann nicht. Okay. Anscheinend. Hä? Komm ich von da? Ach, der ist das hier, oder was? Ah, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Ab nach oben. La, la, la. Ja. Der geht zwar daneben, aber... Nein, den interessiert's, ne? Speichert wieder. Oh, oh. Äh. Ach. Okay. Als ob. Der ist schon wieder. Ah, oh, äh. Ganz zufälligerweise ist der hier. Was muss ich machen? Ich muss bestimmt tauchen. Bleib getaucht. Tauch doch! Der will nicht tauchen. Hi. Warum will der nicht tauchen? Mann, ey, wie... Hurl kann ein Mensch sein? Äh, ey. Okay. Ist bestimmt. Zack. Ich bleib getaucht. Ich drück sie, aber die macht nix. Ei. Töte mich ruhig. Musst du Wasser haben, Nick? Ja. Warum bückt der sich nicht? Ich drück... Motherfucking C. Ei. Was muss ich denn machen? Muss ich irgendeinen Schütze oder so suchen? Der sieht mich nicht. Nee. Nee, 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 nee. Danke, dass du so blind bist. Äh, 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 äh. Geh weiter. Genau. Hier ist nix. Als ob... Okay. Oh Gott. Als ob die jetzt auf 24-7 stehen. Geh'n. Okay. Nach vorne. Rennen. Sch-sch-schnell nach vorne. Ich bin nicht hier. Ich guck' mal. Ich guck' mal, ich möge, ne? Okay. Okay, ich darf mich nicht bewegen. Ja, ja. Stehen die da jetzt 24-7 oder wat? Okay. Okay. Wir beobachten die mal. Oh. Okay. Jetzt, die drehen sich um. Hä, denkst du, wir haben dich nicht gesehen. Tot. Okay. Wir gehen auf jeden Fall nicht da lang. Oh Gott, oh Gott, tschüss. Oh Gott. Nimm gleich beide mit, okay. Ich hab' nicht mal die Kamera. Ah. Bitte, schweicher, schweicher. Ich hab' keinen Bock nochmal auf den. Ich komm' zurück zuvor. Was für die Scheiße? Ja, Wodka-E, bitte. Wenn wir hier schon sind. Aber, wat? Ja, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis denne.